Okay, so, pass auf. Rot, schwarz und schwarz. Okay. Machen wir deine Hand auf. Welche Farbe ist das? Schwarz. Okay. Welche Farbe ist das? Schwarz. Okay, pass auf. Ich mische jetzt mal. Weißt du noch, welche Karte wo ist? Ja, zweimal schwarz. Das ist zweimal rot. Nein, 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 das gibt's nicht. Nein, hey. Wie kann das sein? Machen Sie ihn nochmal, machen Sie ihn nochmal. Machen Sie ihn nochmal. Okay, wenn ihr messen wollt, wohin geht ihr? Gecko minus Magic. Gecko minus Magic.